Im Jahr 2011 machten Johannes Oerding und Ina Müller ihre Liebe offiziell. Ihre Beziehung hielten sie zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Der Musiker und die Sängerin traten aber auf Konzerten immer mal wieder gemeinsam auf. In einem Statement gab Johannes Oerding vor wenigen Wochen ganz überraschend die Trennung von seiner langjährigen Freundin bekannt. In einer TV-Show sprach er nun offen über seine Ex. Im Jahr 2011 lernte Johannes Oerding seine zukünftige Partnerin Ina Müller bei einer Aufzeichnung ihrer TV-Show Inas Nacht kennen. Die beiden verstanden sich auf Anhieb gut und wurden trotz ihres Altersunterschieds von 16 Jahren ein Paar. Zwölf Jahre nach ihrem Liebes-Outing ist jetzt aber alles vorbei. Johannes Oerding kommt in TV-Show auf seine Ex zu sprechen. In der TV-Show Sing meinen Song sprach der 41-Jährige nun ganz offen über seine Ex-Freundin. Clueso sang Johannes' Song Ich hab dich nicht mehr zu verlieren, ein Lied, das er einst zusammen mit Ina Müller aufgenommen hatte. Ich habe den Song geschrieben und ihn ihr vorgespielt, wie ich das bei vielen Songs mache, um mir quasi die Qualitätsprüfung zu holen. Plauderte er in dem Format aus. Ina habe der Song so gut gefallen, dass sie unbedingt mitsingen wollte. Sie schrieb daraufhin eine Strophe um, und aus dem Lied wurde ein Duett. Der Song sei 2019 entstanden, als Ina Müller und Johannes Oerding noch ein Paar waren. Es ist schon ein sehr paradoxes Thema, weil es um eine Trennung geht. Aber in dem Fall singen wir vielleicht die Gedanken von einer Million Menschen da draußen, führte der Musiker weiter aus. Johannes Oerding und Ina Müller sind kein Paar mehr. Gegenüber der deutschen Presseagentur bestätigte der 41-Jährige vor wenigen Wochen das Liebesaus. Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege. Im Interview mit der DPA versicherte Johannes Oerding, dass zwischen ihm und seiner Ex-Freundin Ina Müller kein böses Blut fließe. Im Gegenteil. Nach der Trennung seien die beiden weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden und wollen nach wie vor zusammenarbeiten. Ein Insider aus dem Bekanntenkreis der beiden verriet gegenüber Bild. Beide werden auch weiter in ihrer oder seiner Küche gemeinsam an Musik arbeiten. Die Gründe für das plötzliche Liebesaus sind bisher aber nicht bekannt. Weder Johannes Oerding noch Ina Müller äußerten sich öffentlich dazu. Johannes Oerding meldete sich jedoch kürzlich, wie es ihm nach der Trennung geht.